Nochmal aufs Neue? Aber sowas von, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Nicht Accident, sondern Scotch's Earth. Nitrate macht uns gerade leichte Probleme, denn in der letzten Folge sind wir rausgeflogen. In der Hoffnung, dass es jetzt besser wird, werden wir jetzt noch eine Folge aufnehmen. Und wir werden jetzt versuchen, einen dieser Wassertanks... Ist ja gut, die Beutearmee ist wieder unterwegs. ...eine dieser Wassertanks zu ziehen. Kalli hat 30 Pfeile und ich würde sagen, let's go, die Tiere bleiben hier. Tiere auf Passiv stellen nicht, dass die dann hier weht. Ach, ist mir egal. Ach, ist mir egal. Ich traue immer noch Raffi hinterher. 110er war er. So, hier war Ena Level 15, das sollte für ein bisschen Bären reichen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwie gehört oder er ist weg. Sind wir eigentlich rausgeflogen bei Nitrate? Mh, ja. Äh. Kotzen. Koffe, das Ding bleibt jetzt mal stabil. Es sieht irgendwie leer hier aus, ne? Äh. So ein Dödi passt hier, glaube ich, nicht durch unsere Tür. Oh, hallo. Kleiner Kacki. Hier ist auch Ena. Ich glaube, der ist die gespawnt, oder? Der ist ganz schön weit gelaufen. Manno, ich komme hier nicht hoch. Ich gehe mal kurz hier oben gucken. Hm. Hier oben ist er. Ah je, da bin er. Bei mir. Oh, warte mal. Ja, ich muss andersrum machen. Der ist aber weit gelaufen. Wieso habe ich dich nicht? Hier. Was geil ist, ich sehe dich nicht. Siehst du mich jetzt? Ja, danke. Gescheuert. Wo ist er? Hier oben? Ja. Ist er noch irgendwas anderes? Oh, scheiße. Was? Ich glaube, das ist ein Weckrenner. Rennen in die Richtung. Oh, shit. Der schlägt. Oh, shit. Ich glaube, wir brauchen ein Level, die ein bisschen höher sind. Dann machen wir den auch nichts. Alter, das war harsch. Das ist 10. Ich habe aber 15 gesehen. Interessant. Alter, du hast ihn. Ich dachte schon, ich mache den tot. Ich dachte, der ist jetzt tot. Du Scheiße. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu krass gelevelt. Wie so eine kleinen Levels. Oh ja, brauche ich auch. Dann schnappt ihr. Unbedingt. Oh nee, Pflanzenfresser, die brauchen ja immer Arschlager. Ja, aber warte es ab, wenn wir dann die Appetitzeller machen können. Denn hat er instant Hunger und sofort Hunger. Aber da müssen wir an Christall kommen. Er hat gegessen. Oh, guck mal. Er hat gerade einmal gegessen, ne? Das ist ja, aber das ist ja Level 10, also. Ich wollte gerade aufnuchen. Ich dachte schon, eine Einstellung, was der Zauber mal übernommen hat. Aber es klappt. Level 10, ey. Weißt du, was ich durchgemacht habe, wenn die ein bisschen höher waren? Ja Leute, das bekommt ihr alles nie mit. Warte mal. Oh, leuchtet die Leuchte. Mo. No, 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 no. Oh, abgeschmiert. Die jetzt. Nein. Bleibst du kurz bei dem? Geh nicht so weit weg. Geh mal ein bisschen näher ins Schieb. Ja, da hinten ist eine Knutschkugel. Warte, ich gucke mal kurz. Nein, ein Kilo wäre besser. Na, obwohl, ne, eine Knutschkugel ist genauso geil. Ja, warum auch? 115. Ja, besser als nichts, oder? Weiblich. Stirbt auch bei mir nicht. Wer ist auf die Weiblichkeit? Komm, dann tauschen wir mal. Gehst du hier zu dem... Noob? Ja. Musst du hier kommen. Warte mal, ich gucke, wo dein Licht ist. Ja, ich sehe sie von hier aus. Komm, wir tauschen nicht, dass hier was spawnt, wenn ich hier wegrenne. Alles klar, es sind zwei Knutschkugeln hier, ja. Gut, okay. Die andere mache ich tot. Wie sau. Na, 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 na. Na, 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 na. Was bist du, ne Weibchen? Du kannst mit dem Vieh denn nach Hause wackeln und dem Sattel machen. Ja. So, zehn. Nun gut. Mögest du... Mögest du... Na gut, jetzt ist es halt... Aua. Ah, da komm mal mit. Und du bist bitte mal... Verhalten? Ja, hast du fein gemacht. Neutral. Und komm jetzt mit. Äh, nimm dir mal bitte die Bären raus. Weiß jetzt nicht, ob ich mein Inventar noch welche habe? Ja, hab ich. Hab ich welche? Nein, hab ich nicht. Knutschkugel liegt. Ja, ich komm. Oh, die Kampfaction hier. Und die Szene hat sich mit eingemischt. Du stirbst. Fein. So, alles safe hier. Alles safe hier? Na, ich weiß nicht. Ich glaube. Ich hab's zu früh gesagt. Alles safe hier. Am Arsch. Ich weiß nicht, was hier so rumschleicht. Das ist schon ein Sattel nie, ne? Vielleicht kann ich's jetzt machen. So, hier. Willst du mich verarschen, ey? Erst mal weben. Ich brauch nur ein bisschen Holz. So, perfekt. Jetzt kann ich dir einen Sattel gleich machen. Ist diese Leuchte hey, ey? Ja. Oh. Alter. Ja. Was ist das? Nee, brauch' man nicht. Alter, bekommt man ja ne halbe Klatsche. Ja. So. Bitteschön, Herr Sattel. Hier, krieg's Fleisch. Ah! Er will Fleisch? Pack dich, Herr Parz. Nein! Er will kein Fleisch, aber... Ähm. Nun. Oh, wo muss ich doch mein Fleisch hinpacken? Ich hab doch grad ne Knutschkugel getötet. Kannst du ein bisschen Bären sammeln? Alter, da wachst du ein Blauer rein? Ja, für später. Hm. Mhm. Wenn er dann fertig ist. Oh, Pflanzenficherzeben ohne Appetitseller ist ne Qual. Oh mein Gott, das hat gegessen. 8,5. Jo, wird lustig. Ja, lustig. Ja, Knutschkugel gehört einer zu meinen Lieblingsdingern, die wirklich ganz toll sind. Ankylo, Knutschkugel, die ganze Bratze, die dauert mir einfach zu lange. Ja. Aber anfangs hast du ja halt nicht. Naja, gut, wir könnten ne Motte zähmen und mit der Motte mal auf so nem Berg fliegen und da Kristalle abbauen. Und dann könnten wir Pilze, Pilze und ähm, könnten wir die Appetitseller machen. Bleibst du kurz bei der Knutschkugel? Okay, ich guck mal hier oben, ob vielleicht unten ein Kristall sich verirrt hat. Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, die Hoffnung ist schon längst gestorben. Ja, ich glaub auch. Hm. Ja. Ja. Hoffnung für Poppes und gleich hab ich wahrscheinlich nen Terabyte am Arsch. Ha, ha, sch. Oh, bitte komm damit nicht wieder zu mir. Nee, würd ich nicht. Würde das Ding bolern, die Sau. Warte mal, bolern ist so ne Sache, sollte man auch ausgewählt haben unten. Griffbereit. Tuch hier, tu Sau, lass mich hoch. Tuck. Was? Ach, herrjebidi. Mein Gott, hab ich mich grad erschrocken. Oh, ich bin hier über so ne Notiz gelaufen. Schön, dass du Notizen jetzt einsammelst, wenn ich hier Bibelzitten tue. Ja, ich wusste ja nicht, dass hier so ne Notiz liegt. Ich hab sie nicht gesehen. Ich wollte einfach hier in diese kleine Ruine rein und auf einmal bleib ich stehen und dann geht, nein, nicht auch, nicht wieder rausfallen, Server nicht wieder runterfallen. Und dann war es nur so ein Notiz. Boah, hab ich mir grad eingeschissen. Und sammelst du schön? Ja. Und Narko-Bären? Alter, bist du schwer. Zusammen werden wir denn sammeln. Wir müssen ja auch Beete machen. Ich hab, von wem? Von wo hab ich Harz gekriegt? Baumharz. Ich weiß es nicht. Ich hab hier so'n Baum geklatscht. Nee. Und ne Döde gekillt mehr hab ich nicht gemacht. Also wo kommt bitte das Baum? Ich levertiert gerade ein Level nach dem anderen. Ich bin hier gerade klatscht. Ich kann ja was durch. Soll ich Foundation durchgrafen lassen? Durchlaufen lassen? Oh, ja. Baumharz. Von diesen buschigen Bäumen. Also die flauschig aussehen. Warte, ich lass Dings laufen. Buschige Bäume? Ja, buschige Bäume. Also die aussehen wie buschi-buschi. Buschi-buschi. Die sehen alle aus wie buschi-buschi. Leute, das ist unsere geheime Sprache. Wundert euch nicht. Macht das einen Unterschied, ob ich aus... Äh, aus Stroh oder aus Holz? Ist das kackegal? Oh! Aber hat's? Gut. Ich mein, hallo? Ich mein, merken! Und, trägst du Level ran? Ja, ich muss ein bisschen auf Gewicht machen. Ja, du solltest mehr auf Gewicht machen. Wir brauchen viel mehr Bären. Narkotik durchlatschen lassen. Pfeile machen. Alles! Alles! Es geht gar nicht so weiterhin nicht, dass da ein Terabyte irgendwie rumschleicht. Die ist ja nicht gerade die beste Sau, die wir haben. Oh, Knutschkugel, meine Güte, ey. Ja, das wird lange dauern, du. Nini, 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 nini. Bronto hat noch länger gedauert. So, Gewicht. Ich könnte da gucken, ob ich so eine Billig-Motte finde. Eine Billig-Motte? Ja, so ein Billig-Motte-Betäuber. Die ist doch bestimmt auch Bären. Ich weiß das nicht mehr. Doch, ich glaub, die ist doch auch Kackbären. Warte, warte. Ich guck gerade zu deinem Inventar. Würd ich mal gucken? Mach doch. Wir fliegen ja so einige rum unten am Wasser. Bei uns unten am Wasser? Jep. Vielleicht kriegen wir... Wir müssen ja irgendwie an... Wenn wir an Metall... Ach, ich schiebe nur oben... Metall oben drauf fliegen. Oder da hinten, aber es wird tödlich sein. Der Fuß da hinten hin. Wird sportlich. Mikroraptoren und Terabytes. Und Mietze-Kätzchen. Die ja sonst auf Bäumen hängen, aber hier nicht. Weil hier die Bäume fehlen. Das muss ja auch nicht so eine Mega-Motte sein. Die soll ja einfach nur transportieren, tragen. Catchen kannst du eh nicht. Die Furze, die sie ablässt, sind eh für den Arsch. Die rief nicht so doll, meinst du? Die brauchst du nicht. Die braucht man nicht. Also, eine Knutschkugel ist schon gut mit Stein und Sand. Oh, ich bin durch. Ja, das wissen wir. Und Motti fühltet erste Zeugs. Bleibst du hier? Dann gucke ich mal so nach so einer Motte und wünsche mir Glück. Ja, ich bleib hier. So. Ja, geh nicht so weit weg. Sonst bauen hier Terabytes und freuen sich auf eine Knutschkugel, die da liegt. So, was rüste ich denn aus? Ich bin Pärtchen. Oh mein Gott. Ich will ein Hobbel, die Hü... Wieso ist es eigentlich Nacht? Es ist arg. Es ist ganz schön lange Nacht. Ja. Er hat sich argmäßig verändert. Oh, nein. Leck mich doch am allerwerten. Nein. Ich fliege raus. Nein. Ich fliege raus. Nein. Bitte nicht. Wenn wir schlagen, kann ich noch. Ich kann noch H.O. und boxen. Scheiße, ich sollte eigentlich in mein Inventar gucken. Aber ich renne jetzt hin zum Dingsbums. Ich... Ja, Grafikkarte macht nix mehr. Wieder die Grafikkarte? Na ja, wenn das Spiel eingefroren ist, braucht die Grafikkarte ja nix zu machen. Oh, bitte lass es die Grafikkarte sein und nicht das Server. Ich bin da. Und du? Ja, könnt ihr vergessen, Leute. Ich mach mal wieder eine kurze Pause. Bis gleich. Peace. Da sind wir wieder. Peace? Ich hab Spaß. Hast du grad echt nur Peace gesagt? Ich hab nur Peace gesagt, ja. Ich bin gerade so abgegessen, Leute. Ey, das ist heute wirklich nervig. Ich freu mich, dass du dann endlich mal Zeit hast hier, wisst du? Dass wir hier mal weitermachen können. Und dann nur so ne Scheiße. Ich meine, dann macht es mir auch nicht Spaß. Ist ja riskant, dann irgendwie loszudonnern. Mit dem einzigen Vieh, was man dann so gesagt hat. So gesehen erst mal hat. Und dann stürzt man jedes Mal ab. Und raus. Und weg. Und tot. Zuerst meine Beetschirme, die schwarz wohnt. Keine Ahnung, woran das liegt. Dann Nitrado-Abstürze zweimal hintereinander. Und jetzt ist mir das Spiel wieder eingefroren. Ich hoffe, es liegt nur am Spiel. NPC sollte es aber locker easy wegrotzen, die Kacke. Eigentlich ja. Aber ich hab das Gefühl, dass er von Anfang an irgendwas war. Gut. Alle guten Dinge sind sieben. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch nicht mehr mit gezielt. Ja, gucken wir mal. Aber es lag wieder daran, dass ich geschlagen habe. Und der irgendwas wieder zu viel gesammelt hat. Was? Hast du Schmerzen? Ja. Arg-Schmerzen. Ja, ich habe auch Arg-Schmerzen. Äh. Was? Song? Ah. Was? Weißt du, was ich liebe? Mich? Nein. Ich finde es geil, dass die Tiere jetzt anders heißen. Aber die Sattel sind aber gleich, weißt du? Ja. Ja. Es ist zum Kotzen. Ich wollte gerade nach dem Sattel suchen. Kick den an und denke, hä? Mordi, kiep, blub, blabber, kuss, weißt du? Der hieß doch eigentlich Dödi, do, do. Deodorant, ne? Ich hab ihn immer Deodorant. Ja, Dödi-Kurus. Genau. Oh, scheiße, der braucht Metall. Wir können ihn doch nicht mal reiten. Geil. Wir müssen echt eine Motte zuerst sehen. Billig Motte. Kann ich hier nicht irgendwie Metall noch sammeln? Ja, da hinten, da ganz hinten, da wo die Berge da hinten sind, also links von dir, die Mauer, da glaube ich, gibt es ein paar Metallklumpen, aber auch Viecher, da sollte man nicht alleine hin. Und wenn wir denn dort einen Absturz haben, dann sind wieder unsere ganzen Viecher tot. Ja. 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 Und friss. Ich müsste eigentlich das mal so machen, das eigene Arc runterziehen und mal gucken, ob ich bei dem alten Arc auch solche Probleme habe. Hm. 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 Wie gesagt, bei Pacific Drive, da passiert sowas nicht. Okay, es liegt vielleicht doch nur am Arc. Dass es doch ein bisschen zu heftig ist für meine Grafikkarte. Nein, schade. Keine Ahnung. Stell alles ab. Wolken weg. Scheiß auf Wolken. Wer will Wolken? Wer braucht Wolken? Wieso habe ich eigentlich Wolken? Stell ich die Scheiße ab? Ich muss meinen PC schonen. Alles runterstellen. Ich fummel jetzt lieber nicht dran rum. Mhm. Oh, der brucht lange, ey. Ja, wer weiß. Also, Motti unbedingt. Unbedingt Motti. Was liegt hier? Ach, gar nichts. So aus wie so ein bisschen wie ein Ei. Eigentlich wolltest du ja jetzt losziehen, um nach einer Motte zu gucken, ne? Ja, aber ich bleibe lieber hier, wenn wir hier jedes Mal abwechselnd rausfliegen. Ja, wir geben uns High Fives, ne? Mhm. Unbedingt. Ich meine, wir wollen es ja nicht allzu einfach machen bei Agne. Ja. Deswegen fangen wir regelmäßig hier raus, damit wir auch sterben, damit wir nicht denken, ey, die sind keinmal gestorben. Das geht ja gar nicht, also. Ja. Das ist unsere Tarnung, Leute. Ja, Mann. Irgendwie müssen wir euch ja unterhalten. Ja. Irgendwie. Es wird nebelisch, glaub ich. Ein bisschen nebelisch. Ein bisschen nebelisch. Seit wann sieht das deine Klaffi-Klatte? Weiß ich nicht. Ich hab eigentlich alles auf niedrig. Alles runter. Alles weg. Damit ich die überhaupt spielen kann. Ist alles niedrig. Alles aus und so. Und so. Es ist alles aus. Ja, anscheinend nicht alles. Wieso? Es ist alles aus. Kinokamera-Modus. Lose Kamera. Äh. Was? Was? Ach, krass. Was? Oh, der ist ja immer noch nicht fertig. Nee. Wie das hier oben rumwackelt. Schwabbel, 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 Schwabbel. Wassertank. Sieht aber auch aus wie ein Beutel, ne? Irgendwie schon, ne? Von der Farbe wieder her. Mhm. Als wir den gezimt haben, dachte ich mir so, oh, Beutel-Style. Und wollte den eigentlich irgendwie nach Beutel benennen. Ja. Alles Beutel. Was? Was denn? Warte, ich überlege gerade. Was? Echt? Du denkst? Ja. Passiert selten, ich weiß. Ungewohnt. Nein. Was machst du denn? Ich denke immer noch. Echt? Mein Gott, das dauert aber lange. Ich sag's doch. Das ist sehr anstrengend. Nicht, dass du dann auch einen Hirnabstoß hast. So, pass auf. Ja. Was haben wir denn? Wir waren ja schon viele Bären. Ja. 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 Ich überlege gerade einen Namen. Ach so. Oh, das wollte ich nicht reinpacken. So, jetzt sag ich so irgendwie Wasserbeutel oder sowas. Aber das gibt's, existiert Wasserbeutel? Nee. Ein Wasserbeutel? Ein Beutel Wasser? Ein Wasserbeutel? Wasserbeutel? Hört sich doch ein bisschen nach... Beutelbeutel an? Ja. Ich hab's... Vielleicht nicht Beutel, denn so ein stupptes Ding auch noch. Mein Beutel war schon verloren. Oh. Hm? Was hältst du davon? Mega-Kack-Nugbeutel. Alter, Mann, ist ja mega. Du kriegst noch so fetten Ärger vom Beutel. Ich sag's dir. Beutel soll sich hart werden, ey. Aber wirklich hart. Darauf warte ich doch nur. Siehst du? Hat gerade die Kopfisch... Warte mal. Ja, ja. Das passt ja mit den Kack-Nug, ne? Alter. Oh mein Gott. Kriegst doch was zu lesen, bestimmt. Ah. Soll sie erst mal hier auf den Server kommen? Oh, ja. Oh, ja. Ein Megavieh ist es ja auch, ne? Ja. Also so für den ersten... Ja, für den Beutel ist es schon mega. Ein Megadinger ist es schon ein Megading. Ja, jetzt nicht vom Level. Deswegen ist es ja ein Kack-Nug. Ja, wohl wahr. Aber das reicht auch. Also... Ich glaub, noch einziehen wir uns nicht. Es sei denn, uns nervt das Gewicht. Naja, es wird... Und der ist... Und der überlebt irgendeinen Angriff nicht. Wie zum Steinkrolem. Der wird definitiv nixen Angriff von, ähm... Raptor nicht überleben. Mhm. Aber wenn der Raptor von hinten kommt, ja. Kannst ja nix machen. Definitiv, außer wegrennen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen. Ich spring dir auf den Magen, damit du mal was isst. Damit du kotzt und dann was isst. Ja, so kann man das auch anzwingen. Ja. Ja, so eine Billig-Motte. Damit wir ein, zwei, drei Mal in so Metall klumpen. Also du meinst eine Billigbeute dann. Ja, ja, ja. Also wenn wir Glück haben, ist dieses dumme Ding auch noch rosa. Ich würd feiern. Das wär definitiv mein Highlight. Alles Arbeitsviecher, alles Arbeitsbeutels. Ja, ja, alles was pink ist, müssen wir holen. Es ist halt ein Arbeitsbeutel. Ein Beutel muss arbeiten, muss Holz, muss Bär. Man muss Zeugs ranschaffen. Passt. Es passt einfach. Ernsthaft? Hättest du dich nicht vollfressen können gleich? Nö. Nee, futtert er nur ein ganz kleines bisschen. Die ganze Zeit hat er ein bisschen mehr gefressen. Und jetzt nur ein ganz kleines bisschen, Leute. Ist arglastig, ist arglastig. Pass auf, 99,9. Denn, noch. 99,9999 Prozent. Ja, 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 ja. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Voll verkackt. Hm, ich weiß nicht. Ich hätte gern ein fernen Glas. Das hätte ich auch gern. Oh yeah. Oh yeah. Hätte auch gern ein Vogel. Na, 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 na. Den hast du schon längst. Na, halt die Klappe. Du kannst nicht mal. Nein, doch. Und jetzt ein Terabyte von hinten. Das wird dich feiern. Nein, ich nicht. Ich schon. Ich finde die Scheiße immer so lange dauert hier. Na, 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 na. Soll ich damit aufhören? Das Vieh ist schon schwer genug. Mhm. Mhm. Soll ich noch ein paar Foundation machen oder so? Äh, wie du magst. Na, 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 na. Lass mal gucken, was haben wir hier. Ja. So. Lass ein paar durchlautschen. Nice. Okay, ich muss kurz warten. Aber diesmal aus Holz. Putsch. Da, Gewicht. Alter. Hier, gleich hier. 115. Gleich das mal wissen hier, ne? Geht's dir gut? Den kannst du Knut nennen. Keine Rollen, eine Katmurmel. Hä? Den kannst du Knut oder Kurt nennen. Oh, rings. Knut wegen Knutschkugel. Und Kurt, weil das der Bruder ist. Kurt. Oder Knut. Na, gibt es? Na, es gibt sich Mühe. Ah, ja. Na, 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 na. Bist du männlich oder weiblich? Oh mein Gott. Ja, was ist denn das? Es ist weiblich. Es hat bessere Überlebenschancen. Rechts oder links? Links oder rechts? Rechts. Rechts müssen wir. Pass auf, und jetzt ist hier keine Motte. Was sehe ich denn da? Einen Jobber? Und? Warte mal, was ist denn das da hinten? Oh mein Gott, ein Terrorabyte in deiner Farbe. In blau? Ja, in türkis oder was? Da hinten, da drüben. Guckst du dir an. Oh, geil. Ja. Ich hab nur 16 Pfeile, ne? Ich kann versuchen, den zu bohlen und ins Rind zu drücken. Wenn du es schaffst. Viel Glück. Erst mal die Kugel wegbringen. Ja, erst mal die Knutschkugel. Mann, das kackt den eigentlich bohlen. Oh, das sind zwei Raptoren auch. Nee, danke. Nee, dann nicht. Vielleicht überlebt es ja. Na doch, eigentlich schon. Die kämpfen ja nicht miteinander. Nee. Sei denn, es legt sich mit was sehr großem an oder so. Schaf, nicht dahin. Och, bitte. Och, das ist doch nicht dein beschissener Ernst. Du hängst jetzt hier echt an diesen Kackstein fest, du dumme, rotzige Kackkugel. Bin doch beleidigt. Dann muss ich dir diesen kleinen Furtstein abhacken. Mein Gott. Warum gehst du auf diesen Weg? Na, weil der safe ist. Der safe? Was rammelt denn hier so? Dumm, dumm. Oh mein Gott. Hau doch mal ab, du dummes Ding. Hau doch mal abhacken. Kommen sie rein. Kannst du rausgucken. Komm jetzt. Mein Gott. Nicht da. Oh. Scheiße. Nein. Der mega Kacknubbeute ist so dick. Na kurz, dann kurz die, 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 die Tür abmachen. Ja, dann mach. Ich muss nicht reinfahren. Oh mein Gott, warte doch mal, da muss ich hier Platz machen. Was, bist du jetzt überfordert oder was? Ja, irgendwie schon. Minimal. Ich werde hier angemeckert von allen Seiten. Ja. Ja. Immer wieder gerne. Danke. Immer wieder gerne. Geht doch. Ey, drehen. 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 Geht doch. So, schnell zumachen, die Hütte hier. So, wieso habe ich eigentlich Wände dabei? Wieso habe ich Wände dabei? Weiß nicht, warum ich Wände dabei habe. Aber ich habe sie dabei. Ähm, weil du, ja, gecraftet hast. So. Nee, Foundation. Und die habe ich rausgeschmissen. Weißt du? Weißt du Bescheid? Das ist ja mega. Mhm. Mhm. It's my shit. Ja, okay. Wir brauchen eine Motte. Okay. Setzen wir uns auf irgendwelche Tieren oder soll ein Tier mitkommen als Verteidigung? Ja, nein, vielleicht. Wie heißt denn diese scheiß Motte? Limantri? Keine Ahnung. Vielleicht könnten wir schon einen Sattel machen, damit ich den eh noch aufschmeißen kann. Lü. Mantes? Nein, Mantes ist dieses... Mantes ist die Gottesanbeterin. Genau. Lü. Irgendwann mit Lü. 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 Nimm was mit, was du mitnehmen willst, ich trinke mal einen Schluck und dann Motte. Na dann. Eine Hoffnung, dass ihr wenigstens noch ein wenigstens rumfliegt. Warum nimmst du nicht die Tür daneben? Du kannst mich mal, ich stehe da schon draußen. Nun gut, lasst uns, lasst uns sterben, rausfliegen, verzweifeln, gibt es den Speicherplatz, äh, Speicherknopf. Muss ich gleich beschützen, da hinten kommen nämlich auch wieder Kackfiecher. Da hinten ist ein Wolf oder irgendwas anderes, ne das ist eine Hyäne, ne das ist eine Mietplatz. Geh rüber und kill, ich schwimme hinterher. War der meistert ein Eifer-Raptor da hinten? Da gab es so ein bisschen, so ein bisschen so aus, ob du so, nur das Runddampen. Mal hier lang. So ein bisschen Richtung Wüste. Ach, hier bin ich, nein, nein, nein. Wir sind Raptoren. Soll ich dir, ach scheiße, siehst du ne Motte irgendwie fliegen? Die wird wahrscheinlich, die werden hier tot sein, die Motten oder weggeflungen sind. Ist hier da hinten ein Vögel, Archies. Warte mal. Aber was taucht denn jetzt hier auf? Geradezu, wo ich hinkucke, sind Archies und ne Motte. Echt? Und ein Kanu. Ja, Raptor mal links killen? Ja, ich bin nicht, schnell. Oh shit. Warte mal. Warte. Oh shit. Oh, bewegt dich dich. Oh nein. Kommst du mir, ich bin hinter dir. Ich war die Donauern. Ja, Kommunikation. Ja, diese Scheiße hat ja wirklich funktioniert. Ich könnte kotzen. Einfach nur arg. Ich bin nicht so schnell. Ich doch auch nicht. Du bist wiesenschneller als ich. Hier ein Notizding ins Bumms. Hier ein Notizding ins Bumms. Mach das weg, mach das weg. Muss gucken. Da vorne ist ein Pepper. Und rechts sehe ich so ein Insektenpiss viel. Das könnte... Und wo hast du denn die Motti gesehen? Ja, ich glaube doch gerade... Wichs dazu. Dahin. Gut, 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 gut. Das ist hinterm Kanu. Ja, ich hänge an deinem Wolfsarsch. Ist schön, ne? Nee, zu Fuß durch Ark, ey. Wie traurig. Da siehst du den Kanu. Ja, den Killing. Oh, Babykanu. Los, Killing. Warte mal, warte mal. Killingkanu. Killingkanu. Ich komm nicht hin. Ich bin langsam. Er kommt schon, er kommt schon. Getötet. Der ist hier. Hier. Er ist hier. Ja, ess ihn. Den Wolf. Äh. Den Scheiß. Ja. Kümmer, du dich doch erstmal um das Baby. Hab ich doch schon, aber der braucht... Warte, ich gucke in deinem Futter, 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 Futter. Der Prime? Löwe? Ne, der braucht kein Prime, Mann. Der kriegt Keynes. Der will 80 Viech. Kriegt Keynes. Sofa. Oh nein, wieso hab ich das gemacht? Äh, äh. Fest drauf. Trotzdem so ein Ding. Also, Motti. Großmotti. Motti ist geradezu. Motti ist zu? Geradezu. Geradezu. Willst du das Baby anpfeifen? Alter, wer hat den Baum umgeschmissen? Das war ich. Schlange. Schlange. Oh, ich sehe keinen. Direkt neben dir? Hä? Ach da! Motti voraus. Motti habe ich gesehen. Ich gehe mal checken, wie die Lage ist. Jetzt so ein Wurm, ey. Du weißt schon. Ja. Da ist ein Skorpion. Ich warte mal auf dich. Das wäre ein bisschen hart. Ja. Motti kommt runter. Das wäre die Gelegenheit. Oh, ich kann echt nicht schnell hier sein, ne? Skorpion vor dir. Fünf. Getötet. Frischst du auf? Wir sind einfach zu krass. Dann war das ein Namelevel. Siehst du noch irgendwo eine Matte? Oh, wir müssen aufpassen, wenn wir zurückgehen, ne? Wo wir zurückgehen? Mein Wegen, ähm. Archies sehe ich hier vor mir. Drei Stück. Ich glaube, die kann ich aber nicht bowlern, ne? Nein. Und die werden dann wegfliegen. Oh, der ist schon bunt. Ja. Warte, ich... Ich habe einen Barscharsch gehört. Was... Oh, da oben sind auch Karnus. Ah, komm. Nein, werb doch nicht. Häng, du dumme Nudel. Ach, Schuss. Das war definitiv ein Angst. Damit meinte ich eigentlich, dass ich eventuell nicht treffe. Ja, er war schön. Er hat ein Lamelevel. Da sind viele Viecher, aber da ist noch ein Vögel. Okay, aussortiert. Da sind mehrere Vögel. Ne, ich ziehe gerade ein. Eier Karnupf raus. Mhm. Vogel auf dem Boden. Ja. Und da ist... Aber greifen. Ich, ähm... Pack mal das Bibi hier hinten hin, ja? Ich kümmere mich mal drum hier. Ich kümmere mich mal wieder. Hahaha. 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 Schon wieder. Frau Sehentötet. Die scheiß... Die scheiß Krähen. Oh, da kommt noch ein Vogel. Oh, Mist. 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 Hahaha. 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 Müffbein gerade. So, was ist das für ein Level? Wehe, der Vogel kommt jetzt so hier, dieses Kack-Ding hier. Der Geier. Mhm. Was denn da wohnt das? Ach so, was ist das? Das ist, äh... Stego. Nehm gleich den Vogel. Sieht aus wie ein Stego vorne. Ja. Ist aber das andere Ding, was ich... Ich hab damit noch nie was anfangen können. Ach so, ja. Der andere Stego-Art. Stings. Ja, der ist aber auch aggressiv. Nur noch acht Pfeile. Ob's ein Vogel mal überleben wird? Der bisschen höher ist... Was ist, Anna? Hä? Der bisschen höher ist, dann ja. Ja! Er liegt. Ja! Sicher? Ist er nicht tot? Nein! Hahaha. Guck dir die Gegend an! Na, der kriegt aber nicht alles hier. Von dem köstlichen Prime. Level 15. Wirklich nicht wissen, was das davor vier Level waren. Ähm. Das sieht tot aus. Ja, der sieht mehr als tot aus. Der sieht leidend aus. Ja, ich hoffe, hier krabbelt nichts. Die greifen ja auch die ganzen Vögel an hier. Warte mal. Warte mal. Er sieht sowas von tot aus. Ah. Scheiße. Da seh ich ein Kanu, glaub ich, laufen. Aber ich glaub mal nicht, dass er es schafft, hier hochzukommen. Na, soll ich dir das Bibikano bei dir lassen? Und wo willst du hin? Ich, äh, werde die hier rum, naja, nicht rumlaufen. Ich, wenn ich losrenne, wird das Bibikano mir hinterherlaufen. Ist ungünstig. Ja. Ist heiß. Ich hoffe, ich überlebe das hier. Oh, Durst. Ja. Heiß und Durst. Witze Panik hier. Der Vogel sieht so leidend aus. Als ob da wirklich eins mit dem Boden ist. Das ist ein Kanu. Süßer, hast du den im Auge? Ja, ja, ja. Direkt vor uns. Ah, ich, ich kümmere mich drum. Mhm. Und Kanu. Hier wird nicht bespaßt, ja? Cool. Ich bin in Gedanken schon allein. Wieso haben wir überhaupt einen Kanu gezähmt? Alter! Was denn? Wölfe! Ja! Hunde! Und Scheiße, die hätten uns angegriffen. Hyänen? Hyänen oder Wölfe und Hunde, was das sind. Na, das sind Hyänen. Wenn die nicht aussehen wie Wölfe. Bei mir ist ein Vogel. Ein Vogel? Ein Geier? Ja, Level weiß ich was. Schaffst du es zu mir? Nee. Nee, das machen wir nicht. Ich hab ein Baby. Töte. Und wir haben jetzt ein Mal. Vielleicht ist auch der Pfeil. Ich hab nur noch sechs Pfeile, ne? Vielleicht überlebt der. Wie? Was für ein Dings hatte der? Sechzig. Oh! Ist doch nicht der beschissene Ernst. Warte. Links und rechts gucken. Ich hab aber doch schon einen Motti-Sattel gemacht. Argen. Mhm. Mhm. Ja, Hyänen. Ja, aber wenn die einzeln sind oder so, dann ziehen sie einen Schwanz ein und hauen ab. Naja, ich hab sie gerade. Aber in der Gruppe sind das kleine Pisser, ich weiß. Hast du Schettin und Leder bei dir? Äh, ja. Vielleicht komm ich ja ran. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen Magen-Tave-Sattel mache. Kann? Ja. Geil. Bin auch gerade bei dir. Bin auch im Inventar gezogen. Gut, hab ein Agentar besattet. Kann ich ein Baby greppen? Ne, kann man nicht. Babys nicht. Dann stirbst du eben auf dem Weg zurück. So haben wir überhaupt das Ding. Keine Ahnung, es war da. Ja, es war einfach da. Und wir haben schon Tierverluste gehabt. Lieber haben als nicht haben. Mein Raffi, 110. Oh mein Gott, du kriegst noch einen Raffi. Du kriegst eine ganze Horde, Raffis. Da oben fliegt noch ein Vogel. Wo ist oben? Ganz oben? Ja, auf dem Bergspitze. Ich seh keinen. Wahrscheinlich Raffi-Karte. Kommt nicht so weit. Alter, erschreck mich nicht so. Eine Hitze ist hier. Nanananananananana. Was machst du da? Leveln. Fertig mit Leveln? Das waren, weiß ich, wie viele Level. Ja. Drück mal C. Alter. Da ist ein Vogel. Soll ich den killen? Ich kann ja mal gucken. Ich kann mal gucken, ob ich ihn... Oh Gott. Okay. Irgendwas. Ich hab Übergewicht. Was? Ich kann versuchen, einen Baum abzubringen. Bringt dir das was? Weißt du, bin ich schwer. Es ist nichts hinter dir. Hier. Genau. Hier, dass ich töten kann. Warte, Bisch! Level 15. Ja. Leidigst du einfach unseren Vogel? Da sehe ich noch einen Vogel. Es ist hier nichts. Was? Na, danach kommt bessere Vögel. Wenn man nicht immer abstürzen wird. Ich mach mal eine Bucke. Das Bibi will was. Was will denn das Rotz Bibi? Ich hab ein Level. Also der Vogel. Oh, schön. Wow, 4%. Oh, es gibt mir ein Level. Ups. Los, 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 los. Ja, was soll ich denn machen, wenn hier nichts ist? Das wird jetzt leichter. Wenn ich das hier alles reinballere. Den Sattel hoch. Und hoch. Und die Bären. Ist irgendwas hier oben? Hab ich doch eigentlich gar nicht. Guck mal. Mops-Geschwindigkeit. Was läuft denn hier oben alles? Äh. Wehe, du kommst mit so nem Stein arsch runter. Äh. Äh. Lieg lieber. Da ist dieses eine Vieh. Ja. Wo du gesagt hast, das ist Freude für mich. Ja. Oh mein Gott. Ja. Nein. Ich muss zurücklaufen. Ich. Äh. Äh. Scheiße, ne? Wenn man so schwer ist. Kann er ein Bibi nehmen? Kacke noch eins. Ich kann ein Bibi nehmen. Das Bibi ist auch ganz schön verwirrt. Warte mich doch mal. Warum? Bist du schwer? Ja. Dann schmeiß raus. Das schöne Holz. Oh. Das Holz können wir wiederholen. Okay. Weil da oben sind Viecher, das würdest du gar nicht wissen. Alles Fleischfresser. Wupp. Jep. Er braucht dringend Punkte. Punkte, 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 Punkte. Da vorne ist ein Vogelfieh. Hä? Nix. Ein Bibi in die Krallen. Wir sollten das Bibi erstmal nach Hause bringen. Jep. Oh, da ist noch. Das sind zwei Vögel. Okay, jetzt wissen wir, wo die Archies her sind. Ja, die sind hier. Hallo. Archie. Oh mein. Archie, 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 Archie. Was? Oh. Ein Punkt. Archie. Candy. Unten auf dem Boden. Was ist das? Ich töte alles. Ein Kano. Ein Kano. Guck dir das an. Oh mein Gott. Nein, Candy. Flieg. Flieg. Oh mein Gott. Ich zieh ihn mit. Ich zieh ihn mit. Ja gut. Zieh mit. Warte mal. Das Bibi ist bescheuert. Es dringend Reisen. Warte. Ja, zieh mit. Scheiße, ich geh in die Wüste. Nein. Pass auf den Stein. Ich hole ihn auf. Wo? Ist eh nix. Der Vogel ist hinter mir. Au. Ich bring scheinbar das Bibi weg. Ist das dein Ernst? Ja, da, da, da. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn dann auspfeifen? Was? Kali. Mach hinne. Ja. Traptoren haben dich genähert. Die sind jetzt schon auf unserer Insel. Warte doch. Kali. Kali. Ich geh vor diesen Eumelmaschner hier rein. Nein, flieg nicht weg. Na, warte kurz. Ach, scheiße. Ich pfeife hier all auf. Passiv. Flieg nicht weg. Flieg nicht davon. Mein kleiner Freund. Ey, komm zurück. Jack. Jack? Wer ist Jack? Allein wegen der Farbe. Da oben fliegt ein Quetzel. Ne, Quatsch. Was ist das? Ne, das ist ein T-P-T-T-T-T-T, T-T-T-T-T.. Wo bist du? Ach da, ich, ich, zum Glück. Hast du Jack? Ja, du… Zum Glück hab ich Jacob auf der Liste. Er kommt runter! Ja, komm, du Beutevieh! Das ist ein Beutevogel, den müssen wir mitnehmen. Kali, ja, ich komm ja schon. Komm schon. Ich dachte, was mache ich denn? Kali, er fliegt schon wieder davon. Nein, wo fliegst du hin? Oh, er kommt wieder. Ja, getroffen. Er liegt, er liegt, er liegt. Betäubt, betäubt, betäubt. Ich steig mal lieber nicht von meinem... Woher kommst du? Das ist ein Beutelvogel. Schuhe mal eben schnell raus. Brian, hält dich. Ach so, das ist ein... Oh mein Gott. Brian. Hier nicht gerade eine Cut, doch... Hab ich doch richtig gesehen. Was passiert denn jetzt? Ich töte. Was für ein Level ist denn das Ding? Witzig wissen. Ich hoffe, die Zucht wird gut sein. Alter, ach... Da hinten ist ein Kanu komplett in blau. Aber auch dieses andere Vieh. Sorry, aber die Farbe, das ist doch Beutel. Wenn Beutel irgendwann auf diesen Server kommt, dann hat sie schon mal Tiere. Okay, sie wird sterben. Warum? Naja, der Anfang hat Jabba gemacht da. Erste Beutel. Ach so. So, ich mach einen Sattel. Ich hab das viel nur auf dem Boden gesehen und dachte mir, boah, Beutefarbe muss geholt werden. Mhm. Mhm. Entschuldigung. Frosch im Hals. Kein Schmalz. Ach, dann können wir ja den Wolf transportieren. Ja. Komm, schon iss. Musik aber runter, komm. Ausdauer und so. Der Vogel passt zu dir. Klappe. Wie traurig. Ja, passt. Ey. Alter, Fressbeutel. Du Federbeutel. Ja, das dauert. Aber wir könnten dann Soßen sammeln gehen mit den Viechern. Ja. Und diese Appetitteile machen. Und dann fressen sie uns dann so. Alles. So schnell. Ist es Männchen oder Weibchen? Weiß nicht. Was ist das hier, worauf ich sitze? Weibchen. Was ist das da? Männchen. Männchen. Echt? Ach ja. Alle Beutes sind Männchen irgendwie auf dieses... Ja, die Männchen haben ja auch die prächtigen Farben. Wie ist das? Pink. Ich glaube, das Vieh hat keinen Hunger. Was? Was hat das mit tun? Das Vieh hat irgendwie keinen Hunger. Naja, das dauert. Ah. Ähm. Oh, jetzt läuft nirgendwo... Ach, scheiße. Komm, erstmal Level 15, so. Andetting auch mal kurz runterkommen. Lass es kurz. Ah. Da hat jemand geschissen. Alter, guck dir diese Farben an. Ah. Sehr schön, es geht voran. Ähm. Ähm. Ich bin schwer. Warte mal. Vielleicht kann ich nehmen. Ich bin ein bisschen gelebbelt. Das okay, nicht danach. Neb ich doch nicht. Was ist das denn für... Warte mal. Was ist das für eine Kombi? Warte. Sitzt auf dem Wolf? Ja. Ah, scheiße, nein. Ich hab den perfekten Namen für den Vogel. Und dann machen wir uns endlich ein Fernglas. Oh ja. Sagst du das nächste Beute? Was? Wo? Wo? Direkt vor... Warte. Ach, sehr. Stimmt, sorry. Ich muss mich erstmal dran gewinnen, dass ich die bessere Grafik habe. Ja. Oh mein Gott, ja. Ja, direkt bei uns. Siehst es? Oh mein Gott, ja. Oh ja. Oh scheiße, sind hier Raptoren. Ja, hab ich doch gesagt. Und welches Level? Raptoren? Nein, das rosa Ding. 60. Ey, wir können jetzt... Nini. Nini. Irgendwas ist die Tür auf für dich. Okay, den Raptor konnte ich nicht nehmen. Ich wollte ihn gerade verspeisen. Ne? Vielleicht daneben gegriffen? Äh, ich habe Probleme gleich mit der Stamina. Weiter. Ich muss irgendwie versuchen aufs Dach zu kommen. Nein! Liebe Arctüren. Oh, ich liebe sie wirklich hart. Hallo? Oh, dieses Dummdum sieht ja geil aus. So, was ist jetzt hier los? So. So, Kalli Reh geht. Uh, da ist aber ein hübsches Barsch. Am Arsch, Dings. Nein, das wollte ich nicht. So. Und, wie sieht's aus? Das sieht nach Level 55 aus. Oh, mein Vieh braucht was zu essen. Guck an den Tieren. So, du nimmst dir gleich meinen Pfeil und Bogen aus dem Vogel hier. Ja. So, einmal das. Und die vier Pfeile. Mhm. Genau. Und dann wartest du auf Post. Okay. Unter Prime. Warte. Hätte ich auch da. Dabei. So, ich lass mal kurz Tür auf. Setz mich da oben aufm... aufm Dings ab. Nein, jetzt setz ich gar niemanden ab. Und warum ist die Tür jetzt auf? Weil du rauskommen sollst und gleich was abschießen sollst. Warte mal. Das ist ein Disaster. Ich hoffe nicht. Aua. 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 Der flieg ist nicht auf Dings. So. Ich hab Prime. Okay. In meinem Vogel. Nimm raus. Wie viele Pfeile hast du noch? Äh, ein. Okay. Oh. Wolltest du ihn doch haben. Das war ein Witz. Der hat übrigens Kind, ne? Du hast einfach die Mama geklaut. Weil siehst du das? Weil er ein Mama-Symbol oben drüber hat. Oh. Und wo ist das Kind? Der rennt irgendwo da hinten rum. Müsst du doch gefolgt sein, dein... Bist du bescheuert? Komm her, damit ich dich killen kann, du dummes Arsch. Ach, Ding hier. Spinnst wohl. Ah, ich hab's gesehen. Ah. Ich hab's gesehen. Platz da, du rosa Riesending. Kannst du es bei Ihnen? Noch nicht, noch ist die Mama, glaube ich nicht, oder? Warte, lass mich mal kurz gucken. Ich glaub, so bekomm ich das nicht hin. Warte mal. Wie mach ich? Wie fass ich los? Warte mal. Blick rein und lass es drin los. Ein Geschwissen. Hast du noch einen Wunsch? Wo ist es hin? Was rennt da rum? Oh, scheiße. Hast du Narkotikbeeren? Ja. Ja. Es wird zu seiner Mama. Ich darf die Tür nicht aufmachen sonst. Was passiert da draußen? Nö, dieses Wassertankdönstier hängt an mir fest und gibt Gas. Achso. Wenn ich jetzt rennen möchte. Oh mein Gott. Raptor. Und zack. Ich hab die BB-Ding. Scheiße. Alle Dude. Alle Dude. Alle Dude. Alle Dude. Alle im Griff. Soll ich noch was holen? Jetzt ist ein Raptor. Das stimmt. Haben wir. Sehr schön. Jetzt kommen wir das BB-Dings dann. Ja, jetzt muss ich irgendwie versuchen reinzukommen. Ja, jetzt ist es nicht am wegrennen. So, ich lass jetzt mal für dich draußen. Haben wir. Sehr schön, oder? Na, schönes blaues Vieh hier. Uh, du hast ihn aber viel Narkotik reingeballert. Also. Ja. Ja, da ist er dann plötzlich erwacht. So, okay. Weiß ich mal mehr. Gut. Aber meine Lieben, ich würde sagen, wir haben gerade eine Stundenfolge aufgenommen. Ich werde hier eine Folgenpäuse machen. Oh. Na, dann schieben wir mal das Ding rein, ne? Ich bedanke mich jedenfalls für's Husehen. Und voll krass. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.